Hallo da draußen, nachdem euch Tarkis, Dennis und Fritz hier wochenlang bespaßen durften, darf ich jetzt endlich auch mal wieder ran. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte mit dem Kronkorken-PC. Benni, einer unserer Social-Media-Gurus, hat auf Facebook einen Artikel gefeatured über Selbstbau-PCs mit der Überschrift, für 700 Kronkorken gibt es diese nette Gaming-Maschine. Benni, das hat ein Fan wortwörtlich genommen und uns doch tatsächlich ein Paket mit 700 Kronkorken geschickt. Ja, und der Benni war dann so schlau und hat das Foto mit dem Haufen Kronkorken und dem Begleitbrief ebenfalls auf Facebook gepostet. Lange Rede, kurzer Sinn, das fand dann Bethesda so cool, dass sie, wenn wir den PC spendieren, Fallout 4 und ein paar Goodies springen lassen. Also haben wir unsere Facebook-Fans abstimmen lassen und ihr glaubt es nicht, über 16.000 Leute haben bei dieser Abstimmung mitgemacht und da sagt noch einer, Facebook ist tot. Ja, und das Tollste war, fast 90% haben Ja gesagt. Die haben gesagt, ja, schenkt dem Fan den PC-Bausatz. Und das wiederum hat dann irgendwie die Runde gemacht. Am Ende sind dann noch Case King, AOC, Rocket und Teufel mit Zubehör für rund 1.000er mit drauf gehüpft. Ja, wenn ihr die ganze Story noch nicht kennt, dann schaut euch unbedingt das Video an, das wir jetzt in der Infocard verlinken. Da könnt ihr mich auch mal im Rage-Modus sehen. Ja, und Christian, unser Facebook-Fan mit der pfiffigen Kronkorken-Idee, hat sich über die ganzen Geschenke so gefreut, dass er ein Unboxing-Video gedreht hat. Und daraus zeigen wir euch jetzt ein paar Ausschnitte. Viel Spaß! Hallo, ich bin Christian Kordels. Ich bin der Gewinner von dem Kronkorken-PC. Der findet sich hier in diesem Karton. Sieht man ihn? Gut, man sieht ihn. Fangen wir einfach mal an, den hier als erstes auszupacken. Danach kommt der Monitor an der Reihe, der auch noch heute angekommen ist. Deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt hier erstmal mit dem PC an und schauen mal, was hier drin enthalten ist. Nicht wahr? Oh, gut ausgefeußert mit viel Zeug. Komm hier. Komm hier. Komm. Komm. Oha. Oha. Ich habe ein Wastelset bekommen. Mein Wastelset. Wie cool. Boah, das ist super. Das gefällt mir. Ah, ehrlich. Dann würde ich sagen, das hier ist das Gehäuse. Würde ich mal raten. Und wo ist die Schere? Wir wollen weiter aufmachen. Das ist ja schließlich ein Unboxing-Video. Und deswegen Unboxing gleich immer im Grunde. Was ich soeben, just in dieser Sekunde, aus diesem Paket entsommen habe, ist wohl das Gehäuse. Hier, natürlich gut gesichert in Styropor, hält warm und das Häuser entwendet. Und hier haben wir das Ding. Jetzt machen wir die Knisterrei weg. Ja. Check. Oh, da freue ich mich schon aufs Zusammenbauen. Und jetzt ist es auch richtig rum. Nicht, dass ich in den Kommentaren geflamed würde oder so. Das passiert ja öfter gerne mal. Ja. Ja, solides Metall klappert. Ist gut. Ab damit. Also, hier. Eine Rocket-Maus. Hm. Jo. Kenne ich mich nicht mit aus. Rocket habe ich bislang nichts von gehabt. Mal sehen, wie es mir damit geht. Eine Maus. Schau mal hier. Papier. Wirklich wichtig. Guter Grundstoff. Und es sieht aus wie Recykelpapier. Gut für die Umwelt. Nein, die Kaffee-Karte. Hier haben wir die GeForce GTX 1050 Ti. Was haben wir hier? Hier haben wir, das ist das Mainboard. Das Mainboard von S-Frog. A-S-Frog. Das ist der Rollenspieler in mir natürlich erfreut. Das Fallout 4. Überlebens-Handbuch. Führer. Überlebensführer. Was tun wir hier? Ah. Der Prozessor. Cool. Da ist er. Da. Sieht man ihn? Da. Ja. Oh. Ich. Ich freu mich echt zu sehen, was passiert, wenn das Ding zusammengebaut ist. Also, muss man schon sagen. Voltag Bubble Head. Ich weiß jetzt noch nicht welche drin ist. Ich würde Barter vermuten. Also, feilschen, handeln. Ist natürlich eine, die mir sehr gerne, also sehr gut liegt. Gefällt mir immer wieder gerne. Machen wir mal auf. Was ist drin? Wunderbar. Aha. Als nächstes haben wir hier die Warlord Game of the Year Edition. Cool. Also, ich muss gestehen, ich hatte es noch nicht als Packung. Hatte es nur über Steam runtergeladen. Aber jetzt habe ich es so. Das ist gut. Warte mal hier. Das Netzteil. Ohne Saft keine Kraft. Das kennt man ja. Oh, es ist das Mauspad. Das Mauspad von Rocket. Ja, cool. Ich habe noch nie so eine Verpackung von einem Mauspad gesehen. Machen wir mal auf. Blech. Cool. Das ist stabil. Das ist gut. Das macht Spaß. Wunderbare Oberflächenstruktur. Das muss noch ganz zugesagt werden. Das muss ganz zugesagt werden. Das ist gut. Okay. Das war's. Ja, ich habe das jetzt noch nicht so direkt ausgetestet. Aber ich würde mal sagen, wir können mal ein Spiel starten und gucken, was die Komponenten so drauf haben. So, jetzt bin ich hier in Google Chat 3. Ähm. Es läuft alles. Ich habe es alles auf die höchsten Einstellungen gestellt. Es lag nicht. Ich habe es nicht. Es ist ähm. Stabile FPS. Ich fühle keine Einbrüche oder so. Ähm. Ja. Das ist gut. Das muss man schon sagen. Das muss man schon sagen. Blut, 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 Blut. Ja. 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 Soviel dazu. Dann mit dem schönen Spiel im Hintergrund würde ich sagen, das war's von mir. Ich freue mich über den PC. Gut. Das war's von mir. Euer Christian. Und wer sich das komplette Video von Christian anschauen möchte, den Link findet ihr jetzt in der Infocard. Aber zum Schluss jetzt noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und zwar. Bitte nicht nachmachen. Das war jetzt zwar meine witzige Aktion, aber sowas klappt natürlich nur einmal. Also bitte, bitte hört auf uns mit Kronkorken zuzuschmeißen. Und wir brauchen ehrlich gesagt auch kein Moos, keine Kohle, keine Mäuse und erst recht keine Kröten. Ja. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Euer Michi. Da. mouth. Da. 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 Bis zum nächsten Mal.